Die Stimme ist der Regionalliga am heutigen Samstag, 7. März 2020. TV Hüppelstein die zweite Mannschaft im Spitzenspiel der Regionalliga gegen den TSV Winsbach. Links, Altmeister Karpaczynski. Wichtigstes Merkmal, mal unglaublich guter Aufschlag, Surf and Volley, guter Aufschlag. Und dann, falls der Ritterrand zurückkommt, durchladen. Mal sehen, wie sich Andreas Staudacher darauf einstellt. Also unterm Strich befürchte ich da eine eher einseitige Geschichte. Aber muss auch alles erst gespielt werden. Karpaczynski macht manchmal auch nicht mehr, als er unbedingt muss. Schiedsrichter Matthias Tanzer, 0-0, Aufschlag. Tomek Karpaczynski, TV Hüppelstein. So, und erstes Beispiel für das, was ich gesagt habe. Aufschlag. Andi schätzt den falsch ein, legt den auf und dann wird durch den vorhanden Wirkern. Und noch geht das alles so weiter. So, jetzt erst mal Aufschlag an die Staudacher. So, das war einmal der Ball aus den Händen vom Kameramann. Und hoffentlich bringt es kein Pech an Herrn Karpaczynski, denn ich bin natürlich ein bisschen ganz leicht Hüppelsteiner-Fan. Wer hätte es gedacht. Obwohl ich auch die Winsbacher natürlich in mein Herz geschlossen habe, ganz klar. So, also vier Aufschläge, viermal entweder wie hier eben der direkte Punkt oder ein Elfmeter zum Abschießen. Deswegen muss da Karpaczynski, wenn der Rückschläger ist, nicht immer ganz 100% spielen. So, das war der erste, einigermaßen flache Return von Andi. Und da war er schon wieder gelegen, also da muss ich Tomek wieder einen Hauch mehr konzentrieren. Kannst du, der Selbstläufer wird es nicht. Aber unterm Strich. Naja, ihr seht ja selbst. ... ... Das war's. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Applaus Applaus Zwischenstand übrigens in dieser Begegnung Heldpolstein gegen Winsbach 3 zu 4 Applaus Wenn ich enter führe nachdem er zum Beginn des Satzes noch zugelegen war gegen Balkowski 10 zu 6 Das wird schwer hier ganz schwer Applaus Das muss ich vermeiden Applaus 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 Vielen Dank. 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 Ja, es endet, wie es angefangen hat. Und der große Wahrsager aus der Astroshow hat es ja auch so vorausgesagt. So, ein bisschen Gaudi macht er auch noch. Okay, ein Aufschlag noch. Und das war's. Viel Sport für wenig Geld. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.